Was ist denn ein Linguist wie der Vater geworden? Weil Uriel ist ein Linguist wie der Vater geworden und es ist kein Zweifel nicht gewesen, als er ein tolles Kliebendes Feld zu dem, was ihm gefällt, was er taten tut. Aber es ist ganz klar, dass er sehr durch die Sache abgezweigt in andere Richtungen geht. Er hat geschrieben College Jüdisch und das jüdische Wörterbuch. Er hat gerade einen starken Interesse in jüdischen Sachen. Aber er verringt diese Gewinne zwischen Linguisten zu dem gar anderen Sachen. Und ich denke, ich gewinne an jedes von verschiedenen Schmursen, wo ich zwischensäge. Ich bin zu Gast zufällig in der selber Zeit. Ich bin im Zimmer, aber sie haben gerne sehr professionelle Schmurs. Und sie ist klar gewinnt von mir. Wie der Öfscher wollte ich die Wörter nicht benutzen. Aber ich habe den Eindruck und ich sage wegen der Mieter und interpretiere sie. Ich bin sicher, dass sie richtig sind. Sie sind gewöhnliche Kollegen. Sie haben größter als einer von anderen wie Linguisten. und sie haben gefragt, wie sie das getan haben und wie sie das gemacht haben wollen. Und sie meinen, das ist ein guter Plan. Aber gleich in beide Richtungen. Und dann wiederholfen sie wieder einmal. Und dann wiederholfen sie wieder.